Diamanten entstehen tief unter der Erdoberfläche unter extremen Druck- und Hitzeverhältnissen. Nach ihrer Entstehung wandern diamanthaltige Gesteinsschichten über Zonen geologischer Zeit hinweg langsam nach oben. Sie werden in der Arktis und den Wüsten abgebaut, aus Flüssen gewaschen oder vom Meeresgrund ans Tageslicht befördert. Danach ist ein seltsames Phänomen zu beobachten. Alle Rohdiamanten begeben sich auf eine Wanderung um den Erdball. Seltsamer noch, mehr als 80 Prozent bewegen sich in die gleiche Richtung. Musik All diese Rohdiamanten enden an einem Ort. Die Quadratmeile. Die größte Konzentration von Diamantenbearbeitern und Händlern. Hier arbeiten die unterschiedlichsten Menschen in einem stabilen und fruchtbaren Geschäftsklima. Herausstellungsmerkmal des Diamond Office ist die hundertprozentige Herkunftskontrolle. Nur Diamanten mit Kimberley-Zertifikat gelangen nach Antwerpen. Dies bietet eine sichere Garantie für konfliktfreie Diamanten und macht Antwerpen zu einem Vorbild in Sachen Ethik. Musik Sobald das Diamond Office die Steine freigegeben hat, setzen diese ihre Reise durch die Diamanten Quadratmeile fort. Musik Sie werden in erstklassigen Laboren begutachtet. Musik Und sie werden von den mehr als 1800 Diamanten betrieben, sowie auf dem Parkett diverser Börsen gehandelt. Musik Antwerpens Kombination aus Handwerkskunst, Know-how und Erfahrung schafft ein hervorragendes Umfeld, in dem Produzenten und Händler von Rohdiamanten, Großhändler polierter Diamanten und der Juwelenmarkt Hand in Hand arbeiten. Musik In diesem Umfeld sind Vertrauen und Integrität vor Aussetzung. Über 500 Jahre Erfahrung im Diamantengeschäft machen Antwerpen zum Kompetenzzentrum und zur Heimat der Verschmelzung von Technologie- und Geräteanbietern, Speditionen und Logistikfirmen, Ausbildungszentren, sowie spezialisierten und zuverlässigen Finanz- und Versicherungsinstituten. Alles im Dienst der Diamantenindustrie. Musik Die Stadt ist ein riesiges Logistikzentrum, eine eindeutig moderne und gleichzeitig tief in der Historie wurzelnde Metropole. Ein Ort, an dem Kreativität und Innovation gedeihen. Musik Alle Aktivitäten des Diamantengeschäfts sind fußläufig zu erreichen, spielen sich in einem Firmennetzwerk in vollständig gesicherter Umgebung ab und werden von starken Institutionen unterstützt. Musik Das Antwerp World Diamond Center erleichtert die permanente Interaktion mit dem Rest der Welt. Musik Nachdem die täglich gelieferten Rot-Diamanten in Antwerpen sortiert und gehandelt wurden, werden sie an Edelsteinschleifereien auf der ganzen Welt verschickt. Musik Die wertvollsten Steine werden vor Ort in topmodernen Betrieben geschliffen. Musik Kein Wunder, dass das wichtigste internationale Qualitätssiegel Cut in Antwerp lautet. Verfolgt man die Wege geschliffener Edelsteine, lässt sich behaupten, dass fast jeder Diamant einmal Antwerpen gesehen hat. Die Hälfte davon sogar zweimal. Erst als Rohdiamant, dann als veredelte Ware. Musik Antwerpen ist synonym für Kompetenz und bietet die perfekte Kombination an Fachlauten. Die Stadt ist das weltweit führende Zentrum für rohe und veredelte Diamanten. Dank eines halben Jahrtausends Erfahrung. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020